Ja, hallo. Ich möchte mich gerne einmal kurz vorstellen, damit ihr seht, mit wem ihr es hier überhaupt zu tun habt. Ich bin Sven, 39 Jahre alt und wohne in Empelde, einem Stadtteil von Ronnenberg, direkt an der hannoverschen Stadtgrenze. Seit dem Jahr 2011 betreibe ich leidenschaftlich gerne Landschaftsfotografie und dadurch bin ich auf ein weiteres Hobby gekommen, nämlich die Weiterbildung. Das finde ich alles andere als langweilig oder müßig, sondern Weiterbildung ist für mich eine Sache, die ich sehr gerne betreibe. Einfach auch, weil ich gerne meinen Horizont erweitere und nicht gerne bei dem stehen bleibe, was ich einmal erlernt habe, sondern weil ich immer wieder gerne neue Sachen ausprobiere. So bin ich dann relativ schnell zum Thema Video gekommen und aktuell beschäftige ich mich mit den Themen Zeitrafferaufnahmen und Cinemagraphs. Hauptberuflich arbeite ich hier in Hannover als Linienbusfahrer, sowohl in der Innenstadt als auch in den ländlicheren Gebieten bis raus in die Region. Und dadurch lerne ich natürlich hier meine Landschaft vor der Haustür auch wunderbar kennen und sehe die bei ganz unterschiedlichen Lichtstimmungen. Das macht mir natürlich als Landschaftsfotograf richtig Freude. Dazu kommt der Kontakt zu den Menschen. Da habe ich auch großen Spaß dran. Also ich bin nicht der Typ, der irgendwo gerne am Fließband stehen würde und gar keinen Kontakt zu Leuten hat, sondern ich mag meine Mitmenschen und freue mich, dass ich Kontakt zu denen habe. Ja, da sind wir auch schon bei den Dingen, die ich gerne mag. Das sind lachende Menschen und Humor. Ich lache selber gerne und da geht mir das Herz bei auf. Ich mag Musik, ich mag gutes Essen und man kann sich jetzt streiten, ob Currywurst und Pommes Weiß gutes Essen ist. Ich mag sie jedenfalls sehr gerne und man sieht es mir leider, leider auch an. Ja, was mag ich nicht so gerne? Da gibt es gar nicht so viel im Bereich Fotografie, sage ich mal, sind das leider Canon-Kameras. Die sind nicht schlecht. Die Canon hat, glaube ich, sogar zumindest mit das beste Objektivangebot. Ich bin aber mit diesen Kameras leider nie richtig warm geworden. Das ist aber eine persönliche Marotte von mir. Und HDR-Aufnahmen sind auch nicht so unbedingt meinen Dingen. Auch da gibt es sehr gute Arbeiten, aber mein Fall ist es einfach im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ja, und ansonsten mag ich es im Straßenverkehr zum Beispiel überhaupt nicht, wenn sich der Verkehr staut und die Leute einfach die Kreuzungen zufahren. Für mich ein Unding. Und dadurch geht es nicht schneller. Im Gegenteil, dadurch staut sich alles nur noch mehr. Und was ich sonst nicht gerne mag im Leben, sind nörgelnde Menschen, die an allem was auszusetzen haben. Ich bin eben lieber jemand, der immer mit einem Lächeln durchs Leben geht. Ich glaube, dann geht vieles leichter. Ja, jetzt wisst ihr schon mal ein bisschen besser, wer ich bin und was ich so mache. Und ich danke euch, dass ihr dafür Interesse hattet.